Seit 1934 gehörte ich der Widerstandsbewegung an. Unsere Warnungen an England, Lord Fainzitat, vor Hitler, waren vergeblich. Man sagte in englischen Kreisen, was will uns schon der junge Mann tun? Der läuft sich selber tot, mit dem werden wir schon fertig. Fertig. Fertig wurde man schließlich mit ihm, aber ein Meer von Blut und Tränen wurde dabei vergossen, und die Wunden der beteiligten Völker sind heute noch nicht verheilt. Ich pflegte Kontakte zu Dr. Gördeler und den Generälen Olbricht, Oster, Fellgiebel und anderen, die später ermordet wurden. Gördeler war einer der führenden Köpfe im zivilen Widerstand. Er reiste durch die Staaten der Westmächte, um vor dem Nationalsozialismus zu warnen. Gördeler besuchte Prinz Ernst Heinrich, zu dem ich engen Kontakt hielt. Oster war gebürtiger Dresdner und genau wie ich bei der Abwehr. Mein vorgesetzter Meissner hatte wiederum dienstlich viel mit Admiral Canaris zu tun, und die Abwehr war nicht groß.